Seht doch einmal auf euch selbst, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet oder einflussreich bezeichnen könnte oder die aus vornehmen Familien abstammen? Nein, denn Gott hat sich die Kleinen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht einfältigen, um so die Klugen zu beschämen. Gott hat die Schwachen dieser Welt erwählt, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alle, die in der Welt etwas sind, wollte er zu nichts machen. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Wenn ihr nun etwas seid, dann verdankt ihr alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist die verkörperte Weisheit Gottes für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn sind wir Gottes heiliges Volk geworden. Und durch ihn sind wir für immer von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat und was Gott für ihn ist. So trifft nun zu, was Gott für ihn ist. So trifft nun zu, was Gott für ihn ist.